Ich bin nicht enttäuscht. Weil du ein Mann der Tat bist und nicht in der Kleidtisch verrocken willst. Ganz richtig, ein Mann der Tat. Kann ich jetzt anfangen, dir Sachen zu kaufen? Nein, kannst du nicht, aber du kannst Christine Sachen kaufen. Du hättest doch gerne einen neuen Grill. Christine fände einen neuen Grill sicher toll. Sie würde ihn lieben. Kleine Mädchen brauchen Grills. Einen neuen Grill und ein Grillset. Was ist das? Das ist Quinoa. Quinoa? Quinoa. Was ist das? Mein Getreide. Interessant. Wenn Christine ein neuen Grill bekommt, kann er ein ordentliches Ding machen. professoren mittel ist die